Ich schließe jetzt den Vaskett ab, wir kommen zu meiner Schwimm. Ich tue, als ob ich losgehen wäre. Ich versuche, dass sie mich mobben und dann haben sie Pech gehabt. Ich könnte nur hoffen, dass es Deutscher ist. Ich versuche, dass es gut ist. Ich versuche, dass es gut ist. Hallo? 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 ira? Das Kastoffer ist in der Kaste. Hallo? 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 Kannst du Deutsch? Ja, ich spreche Englisch. Ok, gut. Wie alt bist du? Danke. Bruder, da kommt ein Fädel mit hoch. It's Corona time. Er wirkt jetzt. Ein Tod. Scheiße. Ja, eine Pistole wird sich verarschen. Wie du? Ja, was hier? Hallo? Shut up. Die vaccinated-killer haben hier nicht gewohnt. Ja! Neue Elemente! Ich hab viele? Nein! 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 Ich habe viele! okay thank you bro okay ich habe jemand hier ich verstehe ich weiß nicht, wie ist das so großartig ich weiß nicht, wie ist das so großartig ich weiß nicht, wie ist das so großartig davon konnte nicht noch einer kommen die lego riecht zu langsam aber jetzt kann ich gut schießen ich weiß nicht, wie ist das so großartig äh, wie sieht das so großartig und wie sieht das so großartig das so großartig ist das so großartig wie sieht das so großartig ja das doch in der Leyen ich nicht mit ihr bräuch ist ich brauche, was du? ich brauche das bräuch ich kann kein Englisch sein Ich glaube, du bist du kachbar. Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? das lebt um bis geburt schlecht alter scheiß alter gg gg Diese Bananen-Skill war wohl lost, alter. Irgendwann hat mich eingeladen. Dann lasse ich ihn zurück, aber... Oh, gib! Ich will wieder mal mit uns. Oh, gib! Ja, sonst mach ich mich ein, aber... Jungen, ich krieg nur auf, dass es ein Deutscher ist, alter. Ich bin wohl schlecht in den Englisch. Oh, ich habe hier ein Einmal, wie ich es nicht hinbekommen will. Oh-oh-oh, ich bin jetzt auf einer Enfernung. Tja, das ist ein Vientelschiff. Oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh, ich bin jetzt mal, ich bin in W kilometres. Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh. Oh-oh, ich bin jetzt hier Oktober. Schuss Bruder ich hab aufhörig getrückt das ist das ich steh auf ja reicht doch eine Zeit berücksichtigt Junge ja reicht das ist jetzt und Millionen von Arbeiter ja ja hallo hallo hi ja okay willst du spiel mit mir ja darf der King Love mitspielen mir ist egal Junge ich muss halt jetzt mir das gang mache was gay was mir das gang King Love darfst du reden jetzt wieder aber ich musste nur eine Sache bitten red ein bisschen leise digga und wir kicken jetzt mal was macht er King Love darfst du jetzt reden red ein weg sein Papa darf der King Love jetzt mit mir reden ja digga ich bin jetzt für ein ne ja provato gepasst hast du schon arena in dieser season gespielt ne ich bin eigentlich keine arena ich bin solo oder sowas warte ich dir immer los geht alter ich bin 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 er ich bin ich bin ich bin ich bin so was das junge 50 das kann nicht sein ich habe noch nie so hast du der gruppe führer auch gewacht direkt aus macht us arena macht uns so weit das ist schwer aber jubel habe ich nicht bei schutz alter okay reicht ich nicht die beste stadt der welt tiktok auch aufnehmen was ich habe ein tiktok account mit 30 voll cool sich aufnimmt ich sage mal erst was mein erstes video war gesagt nach dem schwarzen loch das bis zumal erinnert sich noch nach dem schwarzen loch ist da war ja den trailer habe ich auf und er hat einfach 13 klicks und kommentare kriegt und werte werte geschrieben wahrscheinlich marco schade leonie wahrscheinlich farb ja ich habe die linie kennt nicht weiß nicht dass ich mir die account habe ich nehme nach der runde auf okay du kannst jetzt von mir aus reich ausnehmen ich tue ganze zeit über das hat ja das ist kurz haben wir jetzt in leistung vor der climax gesehen weniger die schaden liegt das war richtig geil zwei stunden bis mit der nacht habe ich getobt das geht es ihm ganz langsam du du scheiß drückiger richtig eine spitzhacke hast du und wir können richtig fette kombi es machen richtig kacke schneekugel da passt ja schon mehr da es wird zumal woge bitte hallo nur kurz und er ist jetzt kaputt dazu haben sie für diese kaputt zu holen dort habe ich jetzt überhaupt kein bock zu lande alt ist würde ich das gar nicht mal warst du hast schon die kasse ich auch mal was ich gestern gefahrgessen gestern hast du sogar du die mit tisch ist gar gehabt so schön ab und da ja ich habe ruhig zu sparen was ist das zwei tipps sicherlich die ich verlasst direkt gleich wo ich bin ja die gleiche nach ist ich darüber kommen also ich gehe zu dieser heiter das ist die stelle über luft luft leser können aber keine andere wasser die andere jungen sagst du ja gut wie sie auch langsam hey geht doch hier was machst du ja ich mache ich habe ich habe ich habe ich habe den schaust die kollegen durch gespielt hat der kollege schmierer scho ich habe kurz vor mir hilfe dafür kurz zu geben ich habe ich muss kurz auch geben ich mag fest Ich bin jetzt der Westerlitz Ich habe den anderen gelegt, der Westerlitz Ich bin jetzt der kursion der kursion die schule und die musikung gehabt ich schwere weil wir nicht so viel die gar nicht in der musikung habe das ist bei der alter das heißt so pechtern es ist so pechtern konzentriert auf die gegner weil da war noch eine die schriftige mikrofon nicht dass man zuschauer der komplett wahnsinnig werden nacko ja also ich habe bis selten das ist das nicht ja ja ich gehe nach der runde ich gehe ich gehe nach der runde die gar nicht ich gedacht unter wirklich jetzt gerade ich wurde speziell schlechte bildung mit ausgleichen gut schwitzen aber klar wurde ich mir das kind gekauft warum ich überhaupt nicht als die kraft habe aber stich auch nicht die kamen der leckung war unlang so gerade ich bedanke mich mit dem bus hallo herrste deutsch hallo ja und kürzlich auch dort hin genau ich habe gebrochen da steht hier oder ist das geld da haus sich alles weg auf tippen ist fast alles weg sein eines da habe ich wirklich seine kunden mal kurz der xp mühze ich kann sagt richtig was er ging da wo ich es keine erbauten freund hat dort eine kunden hat durch ihn erwartet was hast du für kopfhörer oder hältst du das hast du komplett also kopfhörer oder headset oder sich auf kamera spielen zur kamera man kann auf der blazing zu laut ja warte dann wechsel ich kurz um das tat kurz fünf minuten glaube ich ok kopfhörer hier kann auch umgeschalten das ist komisch anleiten ja weil ich jetzt um hätte drehst ok das ist besser dass du doch mit hätte drehst da kann ich auch viel lautstärke einstellen das hat man diese scheiße nämlich eine erde das ist ja nicht so war nichts egal weil das ist kann ich habe ich auch schon nichts aber dafür stammbett dafür was machst du ich glaube ich habe auch eigentlich eine farbe zu diesem mit dieser geht da oder so gebaut so wäre das ist ein gegner warte kurz durch die kollege ich kann ich kann ich über lachse bewegen alter zum beispiel über bord ohne spaß lecker lila pappen er gibt es nicht aber viel vegetarisch sei froh dass du mich hast ja ich hätte ebenso geholt aber du musst es mir kurz und lässt zu gucken weil mein wegspunkt geschossen ist nicht besucht gegangen geschaffen herkutsche aber so langsam wieder stellen das ist richtig komisch alter ja das ist dann muss ich noch die empfindlichkeit einstellen ich habe ich finde ich bin sehr gut jetzt das problem ist egal ich weiß glaube ich genau wo alle ist aber sicherlich geschlagen kaputt geschlagen warte kurz warte ich brauche das geht also nicht mit einem haus es wird geht das ist das ist das ist das ist das ist das ist alles hier praktiker weil ich habe gedaubert körper da wo die soli ist ich geh zu fuß als das kann sein wirklich das muster da muss sein ich habe immer ein fuß also muss doch ein heli sein ja also ich muss ich keine sorge noch lassen zu kommen weil dann kann ich gleich eine runde und den fußball noch schießen ist aber ein stück so kommt jetzt die buchte proxel löschen auch die tue da oder so was könnte stellen und ich tut das was ist das für ein bot? Hilfe! Bro, du hast du Loot? Keiner, lieber was? Was ist zu viel 31er? Ist man dir noch irgendwo ein bot? warte auf mich ich habe tausendmal gesagt, du wirst dich blutgeier, aber für was? ja, war spaß, Digga kommst du jetzt? das ist doch geil ohne mich hättest du das gar nicht gefunden oh, hält dich schuld, Digga aufschneid könntest du mich da noch ganz schnell nach Plessen fliegen? ja, komm, stell, Digga ganz schnell bitte noch nach Plessen bitte, das dauert nur 5 Sekunden aber trotzdem, ich habe keine Zeit dafür bitte, du musst mich nur zum hinteren Haus durchführen du stellst die Mikro für die ganze Zeit bitte, flieg dort jetzt hin bitte, du musst dich aufgeben, ich brauche nur zum ganz hinteren Haus dort ja, da geh ich aber nicht hin, das ist, das ist, das ist, das führt, das wird weg nein, das ist doch, das dort Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das ist dein Partner. Geht Nito doch. Ich weiß. Was ist das? Komm, stell mich. Ja, stell aus. Ich würde jetzt nicht einfach. Okay, ich verlasse. Ich würde jede, keine Angst. Diga, warum sprichst du das? Hast du keine Geduld? Ich hab nicht gewusst, dass das zu tief ist. Hilf mich doch jetzt. Diga, schau mal. Wir sind nicht mehr in der Sonne, Alter. Wir müssen schaden, dass ich Schaden bekomme. So. Ja, ich geh dann noch schnell in die Sonne und zerstör die Hundehütte. Ja, mach das doch. Ich kann, mein Controller wieder leer sein. Mach okay. Aber ich flieg damit den Helikopter weg, nutze ihn vor. So. So. So kann ich mir auch leisten. Ach komm, die ganze Helikopter. Helikopter. Helikopter kannst du ein bisschen zu mir kommen. Ja, schade ich nicht. Kannst du zu mir kommen? Du bist gleich. Die Hundehütte ist zerstört. Ja, wie gesagt. Mann! Kannst du kommen, bitte? Getrele. Du hast'n noch nie. Du. Du hast'n noch nie. Ach mach das zu mir! Ja, ich bin mir, Papa. Jetzt sagt's mir das. Da, geh, hau. Da. Du schaue. Ich kannst' wieder nur ein paar Minuten. Du brauchst nur Geduld. Was passiert da? da muss ich dir nichts, ich sprich, ich sprich raus oh komm ich steck ein zion 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 ey, ich hasse dich weh, du kommst dir das mini-kid das kann zu haben, bro ich bin kein irrenloser und eigentlich, ich bin ja schon gehalten das sind jetzt drei mini-kids das sind keine angst du komm jetzt du komm jetzt in der zone, hab ich gesagt oh ja ich hasse dich warum spielst du da mit dir? ja, es ist sicher ok, verzorbe ich wir sind wieder Gegner land jetzt tot und gib mir das mini-kid ja, du weißt schon, dass ich gerade hier den last 2-bo, oder? ja, flieg was ich noch nicht hör doch hier hä? denn die gumpfschie hat er wurden sohn was sie das kann nicht sein dass das die 90 kate ja? das kann nicht sein wo ich jetzt ich zentere machen du schießt sich mal auf den kopf diker du sagst das mal was ich dir trinke du hattest die goldpapka wie heißt das sogar die tech gehabt grüner tech so goldpapka du sie gehabt dass sie selber gesagt was goldpapka ok bald ist das gar nicht so ok jetzt gibt es lieber die papp kann ich habe jetzt mal was ich komme jetzt in der lobby egal was ist das, wo du backtest scheiße, ich bin ja nicht gut beim Führer, schade bist du etwa kreativ? ja genau, ich bin schon wie schlecht ich bin Junge aber Death one ich hasse Death one, 1, 2, 1, normal musst du besser werden oder sowas dann mach mal 1 und 1, 1, wenn ich eh aufeinander lebe ja wo was ist da drauf und los, Alter du denkst du bist mir das Gold, aber bist du nicht ich hab mir das Gold au das ist kaputt ähm das hast du nochmal komplett so leise okay du siehst schon, dass ich hier leise schon, oder? wie das das bewusst ist okay, dann werde ich halt wieder überheben wie bitte? okay, dann werde ich halt wieder überheben wie bitte? okay, dann werde ich halt wieder überheben was danke dafür danke dafür noch eh leise, also sehr leise hast du neues Lieblingswort, sehr leise? ja sagst du auch zu Lilo, du bist leise? ja habe ich schon dreimal das ist eine 1 vs. 1 die ist arabische aber ohne diese Scheiß ohne diese Kack-Hack komm her das ist eine Kack-Spit-Pack und du hast eine Kack-Spit-Pack und du hast eine Kack-Spit-Pack ja hä hä der falsche ah, der verlassen fack nein das ist die falsche ich will aber die was ist dann die besonders hier ist gleich außer diese äh, Raket-Lerver was so unnötig in dieses Spiel ist ähm, was ist die aufgehoben? was war hier? war da die Granaten? ja du hast nur Waffen ja, was sonst? wachsen 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 okay, du bist die Leute, ob hier nur Waffen nicht mal Waffen sind da ist dann hier drüben sind die Waffen hier drüben sind die Waffen äh, Puls-Klanaten ich werde alle Hits drauf sein, wetten? ja, zu schießen, ich gehe nicht noch los aber drauf ja, hoffe ich auch zumindest hey ich habe gesagt, ohne den Puls-Klanaten wo hat die da ist dann die schlussbahn-alter so irrenlos ähm nein, ich habe mich auch als ich selbst in die Luft gejagt das kommt nicht für ausreden nein, ich habe mich auch als ich selbst in die Luft gejagt wio wio schau, wio schau, wio schau, wio schau, wio schau, wio schau, wio 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 ok, warte dann lass mich aber andere Waffen holen so dann du jetzt hier nachher du mich angeteert hast du weißt schon ich hab noch drei von denen aber hast du dich benutze du sagst, man aufhört zu schießen ich suche eine Waffe, was da nicht mehr gibt, alter auf jetzt du hast hier den Waffen kaputt das heißt du schon, Digga hier kacke ja, Leute ja 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 jetzt ich hab jetzt das einzuspielen ok, ich hab da noch nicht gesehen du hast wohl los gemacht, oder? du sagst du holst mich in den Klapp danke 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 schön ehre genommen oh, look er ist das den Klapp den alle kenne ich nicht nicht das Kind das geht, bro ja, der ist los anscheinend schon, Digga ich habe zu, ich habe zu das wie ritter skills klar das heißt ja ich bin immer ehrenlos vertrautiger ich bin ehrenlos das stimmt nicht ich habe dir gesagt, nur waffen aber du spielst mit waffe nicht weil ich habe ein pulsgranat und benutzung du bist wieder Lukas du entscheidest hier nicht es ist einfach nur ehrenlos das gibt's das ist ehrenlos hier vor als hauslos so fließt gegen das kind warum spiele ich eigentlich mit dir ja so krass bin ich habe vier käse von verlassen ja die ganze war du spiel ich mit dir obwohl eigentlich eingeladen hat die warte noch zehn minuten oder sowas ein bisschen viel einladen das ist einladen ich kenne ich halte ich persönlich aber ich kenne ich bin auch frech hast du meinen youtube-video um vier uhr gesehen mal kurz wieder holland Brutuskills Hä? Ja, das ist der, ja genau Ja, da ist der hesslichste, aber Soll ich solo zocken? Hä? Ich zeig dir was, okay? Halt kurz Okay, hast du mich? Kurz, ich zeig dir was unten Okay, ich zeig dir was, okay Und das ist, das ist was cooles Das musst du aus, die Teilbache Also kurz, ich muss das stärkste Ja, ich ne einfach beteiligen Ich muss schon machen Wart kurz Dann so, 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 so Ja, Digger Ich spiel nur krank, das ist das Problem Halt nicht, dass ihr alle denkt, der Coronavirus Wenn du das, wenn du jetzt bauen könntest Oh, schau Der eine kann ich nicht sehen Weil der kleine Kopf zu klein ist Oh, das ist der Zuschauer Ehre Das ist sicher, das ist, äh, wer ist da? Ich zeig jetzt Halt nur weiter weg bist Na kurz Ich zeig jetzt wieder schießen Ja, du triffst, du triffst, du triffst du den Deckel Vertraue dir, das ist das Das ist, das ist der beste Trick Ähm Wer ist das? Look, sie Nein, mach ich auch in, mach, nul, nur spaßig Du triffst, du triffst, du triffst Das weiß ich, mach, kirche Manche Pinz Muske nos Horizontie Du schnäger Charité Ist das Hier 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 was hast du geschrieben über über corona er war schlager schlug ich habe die korona die ganze verlass da kommt ja immer rein und die kirche nicht mal so zum beispiel so zack geflext so mit ansagen ich treffe jetzt kurz kurz schauen wo das ist ich treffe es da unten ja vielleicht ist wieder da ist soll ich soll ich so spielt oder soll ich werde die dus aber ich suche deutsche deutsche die gleich versuchte deutlich zu finden was sie zu bei der doppel was sie sogar los geht sagen soll ich machen ja auch gerade kurz dass ich kurz flexe er ist gewagt er wird das mit hallo nichts zu machen es ist sobald so ist sobald aber für diese klappt was muss kurz warte war ihre türe jubel das bitte ich es ist viel zu schnell ja ich versuche jetzt noch mal egal ich spiel zu haben die dus hey hast du gesehen bro ja ich jetzt spielst du bist du da muss ich ein deutscher weiter und sage was ich sage überlegt was ich ihnen sagen kann halt dass ich also wer bist du eigentlich logixie liegst du reißt ja ja kenn ich mir unseren versöhnlich oder sowas ich will nur sehen euch das ist einfach zu pedir so was ist das wer bist du wärst du dich ich will ja lass uns gleich kurz gehen ich will einfach los gehen halt ich will einfach los gehen runter los gerade dus Ich habe mich jetzt eingeladen, Alter. Heimatbasis, er spielt, rette die Welt. Alleine rette die Welt, das ist schon langweilig. Und ich kann es überhaupt nicht wissen, dass nur O, B, wegen meiner Freundin, weil sie B, A, L, D, Z, keine Ahnung, was das heißt, es soll, zu mir kommt, ach so, okay, wie alt bist du? Aber ich kenne dich überhaupt nicht, kurz, 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 bevor ich hier noch weiter hier eine Frage stelle, das kann es mir, kann es mir, kann es mir eine freundliche Frage sehr, das hat, zu, warte kurz, über Kontrollers, ja, nicht, dass wir Kontrollers gleich leer geht, Alter. Na, kann direkt verlassen, ne? Hallo, deutsch, 18, Bruder, muss los, hallo, ganz deutsch, dann, ach komm, bitte, vielleicht, oder, ich glaube, ich kenne dich, Alter, ich weiß nicht, ich muss nur kurz die Kontrollers stecken, ein Anstrengung, ah ja, die ganze, ich habe gerade gesagt, ähm, wo ist das jetzt, oh Gott, ich muss schon mal schauen, ja, das kann sein, dass du dir keine Freundschaft freigesendet hast, und dann geh weg, Löffelründe, oh scheiß drauf, keine Ahnung, Löffelründe, oh ne, ja, du kannst nicht, wahrscheinlich bist du irgendein Luki, Alter, ja, du kannst nur der Luki, sein Alter, konnten dich denken, ich bin losgehen, okay, ich gebe, wer du bist, 18, ja, Bist du ne Prozent sicher? Ich zog Forten halt Hey, warum spielst du gar fortet? Oh, Qua bei Marco Ja, wer heißt du? Halt so einen ähnlichen Namen kenn ich Schätze ich jetzt ungefähr Oh, Qua bei Marco Ey, Junge, ich üte mich Ja, okay, dann weiß ich, wer du bist Und ich bin ganz mit Großkindern oder noch nicht Hallo Kannst du Deutsch? Kachbar, kannst du Deutsch? Hey Hallo Ja, der redet auch langsam, Alter Hallo 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 Was geht Hallo Hallo Digga, wo ist das Land, Alter? Komm ich doch mal, Junge Digga, wenn du gleich Wenn du gleich Kürz mache, du bekommst Kuraz Kuraz, Kuraz, verstehst du mich? Kuraz Hallo, kannst du Deutsch eigentlich? Hey 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 Hey, Blair Hallo Digga, kannst du irgendwie schreiben, Lucky oder sowas? Oder hast du die ganze Nacht durchgezockt? Aber du kannst dich mal schreiben, Alter Du kannst gleich noch verlassen, Alter Du kannst gleich noch verlassen, Alter Nee, sie ist echt ein deutscher Alter Ich kann direkt verlassen, Alter Ich kann direkt verlassen, Alter Hallo Rede noch Hallo Hallo Ich bin Germany Yes Okay, Bro Wie geht's jetzt so? Heideide, mach mal Kiebz Du, dein, du hast direkt mit Deutsch geredet Digga, was für afrikanisch, Alter Digga, was für afrikanisch, Alter Nix afrikanisch Deutsch Oder wie du aus bist du, Junge? Warum sprichst du runter davon haben? Oder immer, wenn er Digga, was macht der? Ich kann sich was sagen Ah, ich bin immer leise Ist das So, okay Diga Diga Dic a Dic ama Der kann Der kann Dicca Is Dicca tätä Alles etwas so wie dies hallo wahrscheinlich keine deutscher oder dem ist die hallo kurz 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 ich bin schon weg das ist kein deutscher das ist eine reglische labe hier kommt so ein deutscher das musst du dir eigentlich für das ausgibt ist das die chance hier das war abgabbar wenn er sich hier denn ich bin der büttel oder was oder nur direkt verlassen alter nur noch die ganze Nacht durchgezockt als sowas aus dem übrigen das ist das ist ein afrikaner gewesen es ist eigentlich nicht mal selten ein deutscher zu bekommen ja es war gerade zwei zuschauer oder ist direkt verlassen dort kurz muss fast sagt zack zack machen oder ich bin wieder halt 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 heute die was muss jetzt machen weiter schreibt kurz was ich jetzt machen soll wenn ich zufällig zufällig ein deutscher treffe der so nicht so tun dass ich sie bisher kleiner bruder bin der rechtliche sache weil wir vor ich hab ich hab ich hab ein paar freunde die glauben das wirklich die hallo welches machen so schnell ja ich mache ja ich mache aber ich bin ich bin nicht müde aber ich habe irgendwie bock zu pennen ich mache ich bin ich bin jetzt anderthalb stunde zicke hallo 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 hol! hallo! 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 ich glaube das ich bin auch in los kind. weiter er war für kanal rede doch sie wird es ein größer bruder aus nichts durchsatzig klebt sich mit dem waffen aber nach und um ein zweitziger die waffe du bist du dich gemütlich a pistole ich habe das ist alle alle du kannst du wohl ich komme wieder ich bin ja warum auch ein brugzeug schilds basis Ich bin wieder rausgekommen Ich bin wieder rausgekommen Das ist ein dicker Ich bin wieder rausgekommen Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh ja Hallo, rein da doch Ouh Oh look Ba Ja, er hat er gesagt, dass du wusstiger Kommt 20 klebt dich geburt Es war so cool Der das was wir mit dem kompletten er steht die kleider und das ist also das ist so er ist der gegner richtig richtig piste ich jubel das ist der gegner verflüßte ich dir sage das akademie spricht mit akademie schlägt auch so schreck du keine 30er schreckt alter meine fresse danke für die leckere pappel wirst du jetzt alter und so für den bot gekippt wurde ist kollege ich möchte ich das ist echt oder nicht der stelle gehen durch das kind schnauze alter das ist ja wohl eine frechkeit alter immer wirklich gute waffen habe vernecke ich es gibt nicht mal ein deutscher ist das muss die zweite runde schon alter das ist ja wohl ein schlechter witz ist das weiß jetzt ich kann schenke zerstören ist das mir zum beispiel kommt das macht die leute gucken aber ich will ja dass ihr einfach unterhalten schlauze gewusst nur glück was willst du los gibt es ja was ich glaube ich bin deutscher ist natürlich wenigstens Die Kräuter. Und man von mir kommt, die eine von meiner Freundschaftskiste. Und jetzt ist schon voll, Alter, ist los. Wahrscheinlich ist ich kein deutscher Alter. dritten habe ich eigentlich was ist das für back hier vergesst das zu machen scheiße das ist das kippt durch die küche sucht der rechte körper ja 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 bitte hallo kürzelt das geht So cool. Okay, schaffst du noch zu? Oder schaffst du noch mal dazu? Gut, von mir aus gucken wir uns die Scheiße ganz kurz einmal an. Als ob jetzt, nee, das macht er nicht, oder? Die Scheiße an. Ja, ich kenne aber nicht meinen Geschmack. Ja, okay. Apokalyb. Ist es ein Deutscher? Nein, warum muss ich es jetzt mit euch geben? Warte kurz, das kann ein Deutscher sein. Ist es ein Apokalybter oder ist es ein Faker? Faker direkt melden? Papa. Und ich rück mich Aporett an. Das hat es auch falsch geschrieben, Upplood. Ich bin ein Judo-Ski. hallo redet doch halt ich habe die channel aufgabe redet doch alter sie wirklich ist mein großer bruder junger ist so eine forster deutsche hundert prozent der namen ist auf jeden Fall eine deutsche junge ich bin fakedos wie gesagt schon eluki auf immer das marco alter hallo kaste deutsch und deutsch konstanz mutter sagt das ist der deutsche leider nicht weniger bist du deutscher noch so als deutsch ja das ist ein deutscher aber dass wir die politik aus gut gedacht hat natürlich hier rede mit bei leistung egal ist es nicht allein zu dass sie alle trübe sind kennst du siebex Hallo, hier zu Siebex! Hey, bin ich jetzt! Das ist ein 30er. Ich verteile diese Kachbarn. Dann hier circa. Geh weg! Oh, look! Hey, fass auf! Pass auf, pass auf, pass auf! Die ganze so lustig gerade. Ja, ich frage euch gleich. Ah, ein kleiner Schlag wieder. Du wolltest den Biggys. gern war ja 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 ich kenne schon wieder du bist marco ich finde dass ich mir welche kackladen alter müssen wir das haben bist du deutscher zum glück wenigste deutschland da was ich reden kann die luke sagt man ehrlich kurz das hat schon heftig diese diese präger lustig halt was ist das ich will ich will die man da machen soll gehen auf der geht das nicht ja was ich jetzt schon abgegeben sagen will die gar nicht diese frage später oder wo ist die sohn nach amerika ja ich hast du mich hier haben du das es ist sicherer für die die du das hallo du hast keine waffen kollege das kraft und sonst ja okay 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 kennst du siebex war gerade alles hat zu reden kannst kannst du reden kannst du reden oder ich suche deutscher der was reden kann ja egal aber dafür kann er deutsch bist du bist du er hat das hallo hallo hat kurz bis zur mädchen da war so bis zu einem afrikaner oder was so ich weiß noch bis der junge war so als da bis zum baby macht so das ist ein geist das ist ein geist anscheinend das war spiel geist fort wird hier soll ich überlebt das macht er oben doch mit ach komm die ganzen geflüchteten was das ist ein junger ja ich weiß die gar keine ahnung da ist alle hat kurz von warte bist du ein junger ein junger mann du was bist du dann bist du ein mädchen bis ein mädchen alles solche frage kann ich mal reden luki luki hat weniger trädter geht los so geht es nicht nur von kreire und ich kann sich anschließen gut ach was ist weil er ist einfach ich hoffe ich scant alter wird das geld nicht okay hier man die bis dahin von moni es gibt es da von moni hast du zweit bei moni ja oder nein mutter sagt zusätzlich geben kollektischer marschalter den kurs darauf alter warte ich lasse mich gut zu bestimmen als junge es kein mädchen ich mich doch vorbei was ist das es kein mädchen es kein junge es kann und es kein afrikaner es kann gar nichts junge es muss ein geist sein alter fragt so wie alt er ist doch ja ich frage ich weiß ja wie alt bist du kannst du reden du kachmann hallo kollege ja ja gut geht immer an epi games raus hier ja dankeschön das ist das ja epi games bitteln nötig als berühmung das macht sie ja was machst du ja ich muss das 1 von er ist wahrscheinlich nicht 100 jahre altzeichen nun kann der wenige bräder ich könnte es hier schaffen ich möchte hier was bauen oh ich hab geparkt wo ist die Führerschein bitte hergeben die mit dem was vergessen die bisschen sieg ich bin schon frau jetzt kommt der jetzt ich werde die gegründet ich sehe ich heute loske wird hier alle kappa es geht nein ich konnte ich konnte piekhexen der bestog also nicht es soll sich hintergrund auch ihr hänger weiter das sind die best ja was jetzt habe ich keine zuschauer mehr das ist wie die zuschauer bekommen warum bin ich auch dass er sich einfach geschossen liga mit px kann es vergessen luki bist du noch da oder weiß doch da bitte den chat schreiben mit dieser luke bist du es oder weißt wer ist hier bitte wurde ich wollte einfach von den p-gexen die genannt wird in der franzhof war gesendet Oh, das kann ich vergessen, Digga. Scheiße, du musst die mal, Alter. Cristiano Ronaldo. Junge, dann frag mal deine Freunde, wie vieler benutzt darf ich eigentlich? Man sollte sich vorher schauen. Ja, ja, bitte, wie lange dauert das noch, Digga? Zack, wie viele Abolenten hab ich? Zack, zack. Ah, okay. Ich bin lieber leise, bevor ich noch was sage. Ah ja, drei Abolenten. Digga, das war's wieder mal aber richtig komplett. Aber anders komplett. Ich, du nehm, Brot, Ich, du, nennst dich so gut. Manfred, bist du da? Digga, mal, ich hab, ich, hab gebockt mehr. Ah, soviel, ah, ma, ja, okay, digga, cool, freudig. Du, du machst du mal, du machst du mal Videos, oder so was. Was bei cross-videos Warte kurz, ich werde nachreden oder schnappen Warte kurz, ich werde nachreden oder schnappen Warte bitte schneller machen, hallo Ah, ok Und das wird zwei Tage gestreamt Ist ja nix Ja, reden Ich habe dich gezockt Bin ich das zufällig? Ne, ich habe auch dieses Kind Doch, mit videos Doch, mache Ja, ich okay Kannst du Ja, ok Hallo, deutsch, deutsch, deutsch Ist immer eine gute Sprache, Bruder No-Ski-O-G ist immer da Hallo, kannst du Deutsch? Oh, Mann, Alter Das gibt's ja wohl nicht, dass ich überhaupt kein deutscher Finder da was drinnen kann Das ist so schwer, oder? Ich sage, zu finden Ich bin dieses Alter Oh, das passiert nur, Alter Und ich bin seit Ich habe die ganze Nacht durchgezogen Ich habe gestern doch ganz Nacht durchgezogen Soll ich mal als Quatsch spielen? Vielleicht finde ich da mal mehrere Leute Oder was bot sind Soll ich mal? deswegen zocke ich rein rein boven sich sie geht ist der redner der kreis interessiert ich nicht mal sonst quatsch spiel scharfstelle ja okay und da ist der deutscher ist das was ich aus körper Los geht losiii Die Die Komm alle, bitte, zocken wir zusammen, Digga Junge, es ist leidmeinig, Digga, es ist so leidmeinig, Junge, wir würden nicht zu zweit zocken können, alter Es ist fad, fad, fad Junge, schreibt, äh Es schreibt irgendwie, der Marco, Digga, da schreibt man nicht mehr zurück, hat der Corona oder was kaputt Digga, was ist mit dem losgewinnt, Digga, der schreibt nicht mehr zurück, hallo oder sowas Da ist kein deutscher Warte Hallo, deutsch, hier deutsch, ich bin mir Ich springe gerade auf Youtube, ich bin mir abonnieren Hallo Ich glaube, es gibt uns, dass er kein deutscher ist Aber da was hier redet, die ganze Seite, da redet sich bald Da was hier diese komische Dinger da drückt Da ist hier mit mir vorne, das ist ein deutscher Luki Jungs, das ist ein deutscher, ah, doch, kanns deutsch Hey, deutsch, bräleiert warum warum also ist oben links bei mir eine Weltkugung also lässt sich mal gut alle war deutsch dann nicht direkt verlassen und mir ist gar gegeben mit Pumpe ein bisschen Boxen was die Zimmerboxen immer bauen zeigen kein Papier weil es hier kein deutsch halter lecker was ist das ey 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 du bist du ey ey ich will nicht verlaß ich aber ja da hab ich keinen Bock auf diese Runde ne das hat sich gerettet aber bin jetzt ey ich bin so schießt so lange Bastard die 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 das die wie die 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 Ehh 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 Ayy Oh mein Gott Gib mir immer zurück deutsch ich kliere blacke drücker boy deine mutter ist so geil da bist du ladweilig hallo so deutsch hier ob ich das kiste halt so groß und bütische kiste hallo kann der dorthin die ball hat die geborene deutsch hier flex flex jungen flex flex die auto schiede ze pub kieper Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Ich bin einig. Ah, die kam runter mit der... Ah, ah, ah! Ah, la 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 la. Du bist so geil. Oh, Killa. Was geht, bro? Wie geht's? Nein, ich bin ein Genoski, du hast gesehen. Jo, ich hoffe, ich habe gerade eine Pump gezogen. Eine Technik-Pump, keine Ahnung, wie die heißt eigentlich. Abbrechen, abbrechen, ich bin ein anderes Kind nehmen. Na, scheiße, geht's hier nicht aus. Ah, scheiße. Wie geht's dir so? Gut, das fragst du mich schon, das dritte Mal. Digga, ich schaffte Marco mit irgendwie sowas. Hm? Bist du eigentlich mit Marco befreundet? Die ganze Zeit. Ich schaffte die ganze Zeit, mir schaffte du überhaupt nicht mehr. Keine Ahnung. Oh. Jo. Hat er eine Art... S2-Nabel. Was? S2-Nabel, schreib nicht zurück, keine Ahnung. Er lösert mir eine Nachricht, aber es schreibt mir nicht zurück. Bruder... Mann. Krank ist krank. Was hast du gesagt? Ich habe mich nicht gehört. Ich sage, wenn du krank bist, dann komm ich mit Tee holen. Ja, ich habe mit Tee, aber ich bin bis zu Hause alleine. Ja, ich mache mich dann später Tee, Digga. Komm, Lazy Lake, bisschen looten und dann Angriffen. Ich sage immer hier, die alle hier ausrasieren. Digga, ich muss dann diese Spitzak hier neue Kombi machen. Weißt du was? Ich habe das Gefühl, Intim sind alle am leichtesten, Digga. Ja, Intim sind nur Bots und die Profis spielen nur Dus und Solo. Weißt du das? Weißt du was ich meine? Gott, ja... Aber ich habe das Gefühl, Intim sind richtige Bots, Alter. Ist bei dir auch so? Ja, wir könnten mal testen, Du als Squad, Alter. Digga, wir könnten das Tee schaffe. Oh, dafür wollte ich ein Skid, Alter. Und die Dosen des Kindes. Ken, haben gestern noch heute drei Runden gezogen, Solo. Ich wurde immer von zwei. Okay, habe einen. Ich habe einen, Bro. Ich habe zum Beispiel jetzt wo ich da losgehen. Oh, ich wurde... Das ist mein Bruder. Wo ist das, Kollege? Wo ist das, Kollege? Ich brauche schon die Person, dass ich ihn kill kann. Na, danke für die... So... Äh, bitte... Hier... Dankeschön. Ja, okay, die... Ich habe ein... Zertimen ist irgendwo ja Nordamerika. Schau mal nach... Pass auf, ich kurz auf... Ich muss mich hier ein... Hier brauchst du eine AR. Ja. Du weißt schon, wenn C-Max sieht, dass du seinen Namen verwendest. Ich glaube, er wird dich ansehen oder so, weil... Keine Ahnung. Weil sonst denkt jeder, dass du der echte C-Max bist, obwohl du nicht der echte bist. Ich bin da echt dabei. Ich bin da echt dabei. Bist du nicht? Bist du nicht? Ja. So ein spaßiger. Ich meine, es ist... 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 Irgendwann mal eh... Ich sag jetzt nicht gleich, aber... Irgendwann mal... Keine Ahnung... Wird auf den YouTube-Kanal zustoßen... Und dann hier schreiben und... Keine Ahnung... Ich nehm... Ich nehm mich nie... Von anderen YouTuber... Und so... Mache ich einfach nicht. Ja... Attab du Tech spielst... Attab du Tech spielst... Hektische ist viel besser als die Stammler... Ja, die schießt auch schnell oder... Ja, die schießt die ganze Zeit... Für andere muss immer... Zwischen... Zwei Sekunden warten... Ja, das war... Das war... Das hier... Ähm... Vergessen... Wir haben schon genutet... Hier, es geht da... Die Frontshot... Junge... Ist er weg? Ab und... Weiß... Da kommt der Nächste... Was möchte ich den Kinn... Ich muss ganz doof... He, ich muss zugebracht... Es wollte... Es wollte... Es wollte das... Dazu Quality-ber-bergeIST... ich auch schlafen wieder ja ich bin auch mit dem koppel und das ist um 18 uhr schon was gleich direkt total okay ich bin auch mit der lunde noch hat und mich an die hielt ich glaube ich bin richtig müde alter weil ich weil ich kann nicht ich kann nicht mal gut spielen weil es wahrscheinlich richtig müde bin alter und ich bleibe lieber das